So, noch ein kleiner Schluck vom Kaffee, bevor der ganze Sch*** hier losgeht. Yo, moin moin, what's Gucci? Ich war gestern beim Friseur und meinte so, yo, yo, Bruder, mach mich mal richtig fresh. Hier hast du Bild, wie du machen sollst. Ja, und dann kam das dabei rum. Korrekt, korrekt. Einmal Seiten auf. Mensch, wie findet ihr meinen neuen Schnitt von 1 bis 10? Also ich feier ihn. Naja, und damit herzlich willkommen. Schnallt euch bitte an, denn heute zeige ich euch ein paar Leute, die Dinge tun, die einfach nur gestört sind. Und fangen wir direkt an mit dem ersten Kandidaten. Er hat sich aus irgendeinem Grund, wie so auch immer, dazu entschieden, wenn England nicht gegen Brasilien gewinnt, wird er sich alles abrasieren, was er im Gesicht hat. Wenn England nicht gewinnt, werde ich meinen Kopf schäfen, Augenbrauen und Beard. Und, ja, England hat halt... Immerhin hat er durchgezogen, aber jo, keine Ahnung, wieso du auch auf die Idee kamst, der englischen Mannschaft zu vertrauen, obwohl du nicht mal Engländer bist. Das macht gar keinen Sinn, hä? Komm, sag ehrlich. Du hast nur nach einem Grund gesucht, um es endlich zu tun. Du wolltest es einfach nur wissen, wie du aussiehst ohne Haare. Ja, das sieht absolut gottlos und gruselig aus. Ich hoffe, du hast keine Frau und Kinder oder so. Weil deine Frau, die wird dich verlassen und betrügen in der Zeit, wo du so aussiehst. Und, naja, deine Kinder bekommen davon ein Trauma für immer und das war's dann mit der Vater-Sohn-Beziehung. Ja, nee, aber sieht geil aus, ne? Hauptsache, das TikTok ist geglückt. Trotzdem nicht besser als die Frisur hier. Auf einer Highschool in den USA hat sich ein romantischer Schüler getraut, seinen Crush zu fragen, ob sie mit ihm zum Ball geht. Und der hat das wirklich ernst genommen, auf Hollywood-Level. Der kommt mit Blumen und einem riesengroßen Plakat in die Schule und fragt sie vor der gesamten Schule. Alle Leute sind dabei. TikToks werden schon gemacht und sie wird doch jetzt bestimmt Ja sagen vor allem, oder? Der wurde auseinandergenommen, vor der gesamten Schule. Der wird sich danach nie wieder erholen und ich sage euch, ab heute ist er erstmal krank für drei Wochen. Ciao, ciao. Genau bei diesem Blick, genau in diesem Moment, bricht gerade seine komplette Welt zusammen. Oh nein, der Arme. Das ist so peinlich vor der gesamten Schule, vor allen Leuten, ne? Der da hinten wusste auch schon, sch**t. Das war's, Mann. Wir haben ihm doch gesagt, das ist keine gute Idee. Wieso hat er das getan? Wieso hat er nicht auf mich gehört? Tja, jetzt haben wir den Salat. Egal, sch**t. Bro, versuch's nächste Woche einfach nochmal bei einer anderen mit dem gleichen Trick. Vielleicht klappt es da. Ich hab eine Frage an euch. Wenn Wrestling angeblich Fake ist, okay? Wie erklärt ihr dann das? Also wer nach diesem Video glaubt, dass Wrestling immer noch Fake ist, dem kann man echt nicht mehr helfen. Seid ihr dumm? Also wirklich, seid ihr dumm? Seid ihr NPCs? Seid ihr Goofies oder was? Das sieht doch so geil in Blinder, dass das hier echt ist. Vor allem auch der Schiri. Der Schiri hat sich kurz gedacht, komm, f**k auf alles. Ich mach jetzt mit, ihr P*****de. Ich zeig euch jetzt mal, wie das richtig geht. Stark. Wirklich sehr, sehr stark, Mann. Das ist ein Wrestling-Match, wo ich mir sogar denken würde, da würde es sich auch lohnen, Geld zu bezahlen für die Tickets. Das kann man sich echt reinziehen. Ich bin auf dieses Video hier gestoßen von diesem einem Koch. Ihr kennt ihn doch bestimmt alle, der immer so lächelt. Und Hasbulla daneben. Und die ärgern sich so ein bisschen. Vor allem Hasbulla, der kleine Ehrenmann. Der macht bisschen Faxen bei ihm. Und ich war wirklich nicht bereit, wie dieses Video weitergeht. Wow! What the f*****de. Ach du Sch*****de. Damit hab ich echt nicht gerechnet. Der kleine Hasbulla wurde ganz kurz in den Backofen gesteckt und auf 200 Grad gebrutzelt. Und das gab's dann zwei Stunden später von Nuss reserviert mit Gold-Tablett. Ey, ich mach ihm nur natürlich Spaß, okay? Falls das noch nicht die Leute gecheckt haben und falls das auch noch nicht der YouTube-Mitarbeiter gerade realisiert hat, dass das nicht echt ist. Hier nochmal eine finale Message. Das war nicht echt, okay? Das ist ein lustiges, sarkastisches Video. Alles klar, nur mit Humor. Als ob der kleine Hasbulla da jetzt in den Ofen wandert. Come on. Als würde das wirklich passieren. Alles gut. Hasbulla geht's gut. Seht ihr, hier ist ein aktuelles Bild von ihm. Ihm geht's gut, okay? Wisst ihr, es gibt so drei Arten von Leuten auf einem Konzert. Die ersten sind so die, die gehen einfach da rein, um alles zu zerstören, ja? Die gehen dort rein und lassen ihre kompletten Dämonen raus. Ich bin auch so ein Type davon. Ich weiß noch, UFO-Konzert, ich mit meinen Jungs, wir sind da reingegangen. Wir haben unsere Seele dort gelassen, ja? Wir sind nass und dreckig wieder rausgegangen. Ich erinnere mich sogar noch daran zurück, man. Das war so gottlos, ne? Ich war da so in der Menge mit meinen Jungs, ne? Und ich hatte halt, ja, wie es sein soll, ein Bubatz in der Hand. Der Moshpit geht auf, wir springen alle rein und ich weiß noch, neben mir so ein 16-jähriger Junge vielleicht. Ich kann mich nur noch schwammig dran erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Arme leider meinen Bubatz ins Auge bekommen hat. Und ich weiß noch, wie seine Reaktion war, also... Ey, das ist so gottlos gewesen, der tut mir bis heute leid. Falls du das siehst... Ja gut, der wird das eh nicht sehen, schlitz drauf. Naja, wie auch immer. Die Zweiten sind die, die irgendwie an der Seite stehen und dann einfach so das Handy in der Hand haben, so. Okay, wieso gehst du zu dem Konzert, wenn du sowieso alles nur durch deinen 2 cm Handybildschirm siehst? Und Nummer 3 sind die hier. Oder das ist so cringe, ne? Das ist so peinlich. Das ist so unangenehm. Stell dir mal vor, du bist Rapper so, du denkst so, du schmeißt erstes Konzert, alle gehen absolut ab. Und dann guckst du oben in die Crowd und da stehen die da. Oh, ist das cringe, ist das cringe. Ich hasse diese Leute. Ich hasse diese TikTok-Jungs, die alles für Aufmerksamkeit machen und keinen Moment genießen können, ohne ihr Handy rauszuholen und erstmal TikTok zu machen. Sowas sollte verboten werden bei Konzerten. Real Talk, das sind die unangenehmsten. Das sind wirklich die unangenehmsten. Das sind nicht nur die unangenehmsten Konzertgänger, das sind auch noch die unangenehmsten TikToker-Jungs, die es auf der Welt gibt. Zum Glück musste ich das finale Video nicht sehen. Ich glaub, das hätte ich nicht verkraftet. Right Chicken in the Washing Machine? Ey, ich lese nur diesen Titel und frage mich, was erwartet mich jetzt? Bro, they cooking chicken in the Washing Machine? What the f- Bro! Ey, bitte halt doch deinen Maul. Halt deine Fresse, der macht nicht wirklich Chicken in der Waschmaschine! Oh mein Gott, was ist das hier für ein Video? Heute werden mir wirklich final zum Beginn des Wochenendes alle Gehirnzellen geraubt. Einfach so, puff, weg. Da kann ich mich jetzt schön am Wochenende erstmal resetten. Und ich frage mich ernsthaft, welcher Mensch wird das noch essen? So wie das dort auf dem Tisch aussieht, wurde heute wirklich alles dort in der Waschmaschine zubereitet. Joa, viel Spaß mit den Krankheiten danach zu leben. Geil! Ist das hier wirklich passiert? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Ja. Natürlich ist das echt passiert. Ey, bitte. Ey, bitte, 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 bitte. Sorg, dass es aufhört. Ich halte das alles nicht mehr aus. Was habe ich mir hier gerade schon wieder angeschaut? Ich dachte, schlimmer kann es nicht noch werden heute. Und dann kam das. Ja, natürlich ist das passiert. Natürlich stürzt dieser Radfahrer da in die Pfütze und dann kommt ein Hai rausgesprungen und frisst ihn. Ja, das wird sicherlich passiert sein. Natürlich, klar, was soll auch sonst passiert sein? Und wo wir gerade so bei Haien sind? Traurige Fakten über Haie. Sie können kein Fortnite spielen. Ey, nee. Ich, nee, Bruder, ich kann das nicht mehr. Das Video muss aufhören, bitte. Bitte. Wann hört es endlich auf? Das ist mir schon klar, dass Haie kein Fortnite spielen können. Ja, das ist echt traurig. Sehr, sehr traurig. Einmal bitte ein dickes F an die Haie, dass die kein Fortnite spielen können. Ich sag dir ehrlich, zum Glück. Ansonsten würden da auch solche kleinen Hai-Fortnite-Kiddies ausrasten, weil sie keine V-Bugs bekommen. Ey, was labere ich hier eigentlich gerade? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Würfel dein Date von 1 bis 6. Oh nein, ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass das gleich unglaublich unangenehm wird. Würfel dein Date von 1 bis 6. Bist du dabei? Ja. Nein, ich bin nicht dabei. Wen von den Boys findest du gut? Schau mal. Der hat gar keinen Bock mitzumachen. Ich sehe das jetzt schon. 1. Die 1? Ey, was gucken wir uns hier gerade schon wieder an? Die sind doch alle gefühlt 14, 15 maximal. Okay, sie findet die 1 am nicesten. Dann hoffen wir jetzt mal, dass sie auch die 1 würfelt. Dann, äh, versucht mal dein Glück. Ja, egal. Die dachte sich so, oh, den wollte ich gar nicht, aber komm, drauf, nehme ich dir jetzt einfach. Okay, dann einmal die 5 nach vorne. So, was geht? Was geht ab, Brouter? Was muss ich jetzt hier machen? Dein Name ist? Ole. Wie findest du die nette Dame? Äh, von 1 bis 10 oder wie? Mach einfach. Äh, ja, ist so 7, 8. Du hast jetzt die Möglichkeit, du kriegst 10 Euro oder du gehst mit ihr auf ein Date? Wie entscheidest du dich? Äh, ich nehme die 10 Euro. Boah, Businessman. Gar kein Bock auf irgendwelche Liebesfaxen. Der kümmert sich nur um das Business. Ein echter Macher. Ah, warum die 10 Euro? Ich kenne sie und die, äh, hatte schon was mit nem Kumpel von mir. Ey, wie? Die hatte schon was mit nem Kumpel. Chillt doch mal. Ihr seid doch gerade mal 14. Was geht denn da schon wieder für Filme ab? Berlin Tag und Nacht einfach. Was sagst du dazu? Ich bleibe zu schwer ist. Dann kriegst du einmal die 10 Euro? Dann schnapp dir nochmal den Würfel. So, dann würfel nochmal einen Versuch, nochmal ein Glück. Oh, sie kann nochmal würfeln. Boah, vielleicht kommt jetzt die 1. Komm schon. Jetzt muss doch die 1 kommen. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was rasten die da im Hintergrund aus? Ey, da ist richtige Publikum noch am Start. Folgst du uns schon bei TikTok? Ja. Ja, sie folgt uns. Zeig mal die Kamera. Dein Name ist? Johannes. Johannes, pass auf, Johannes. 10 Euro? Ich kann das alles nicht ernst nehmen. Vor allem, weil ich auch ganz genau weiß, dass der Einzige, der davon profitiert, einfach er hier ist. Dieser Typ weiß ganz genau, dass es gut ankommt, wenn man irgendwelche jungen Leute nimmt, die sich blamieren, dann vor laufender Kamera. Eigentlich ist er der Ekelhafte hier. Wenn du jetzt mit ihr auf ein Date gehst. Nee. Nee? Okay, dann gibts für dich einmal 10 Euro. Folgt mit den Jungs und Team Jens. Folgt mit den Jungs und Team Jens. Das kann doch alles nicht wahrsteigen an hier. Was ist denn mit unserer Welt passiert? Ich check's nicht. Ich würde hier gerade wirklich etwas dazu sagen, wenn mir was einfallen würde, aber ja, ich hab keine Ahnung. Ich check's einfach nicht, ja? Mir fällt nichts dazu ein. Ich kann keinen Kommentar dazu abgeben. Okay, also diese gute alte Frau wird jetzt verwandelt in eine Pamela Anderson mit so einem richtigen Make-up-Studio. Ich bin gespannt. Mal schauen. Okay, okay. Bis jetzt wurde da echt viel dran rumgetüftelt. Sie saß bestimmt so 3 Stunden in der Maske. Ich bin jetzt mal gespannt auf das Endergebnis. Nochmal als kleine Info. Das ist sie vorher. Und so will sie jetzt aussehen, ja? How many years younger do you think I look after the makeover? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Bro, das war Jump Scare. Wo war die Warnung? Eigentlich müssen die doch eine Warnung ausgeben, dass man sich gleich erschrecken wird. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, du hast reingeschritten. Ich fand, sie sah vorher besser aus. Heilige Schatz und was muss sich der Mann denken? Das sieht aus wie eine Horrorfigur. Ich muss das Video jetzt beenden, ansonsten schlitz ich mir in die Hosen. Ciao.